Was seid ihr so gestürzt? Warum habt ihr solche Zweifel in eurem Herzen? Seht, meine Hände und meine Füße. Und seht, ich bin es selbst. Fasst mich an und begreift. Wie ihr es bei mir seht, so hat kein Geist Fleisch und Knochen. Das sind die Worte, die ich euch sagte, als ich noch bei euch war. Alles müsse sich erfüllen, was im Gesetz des Mose bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht. In der Schrift steht, der Messias wird leiden und wird am dritten Tag von den Toten auferstehen.